vier tage familien stellen in brockum in einer ferienunterkunft für kleine gruppen jeder tag war ein highlight war spannend wir hatten themen vom holocaust von hexerei bis heute partnerschaft liebe verzweiflung erbschaft wer dies wochenende verpasst hat kann da nicht ran tun er sollte es wieder erleben wir waren draußen wir waren drin wir waren in die ferne für essen und getränke wurde gesorgt vier tage gruppendynamik macht die aufstellung zu einem highlight wer dynamiken kennt weiß dass die dynamiken sehr tiefgreifend und immer intensiver werden ob du möchtest oder nicht und du kommst viel tiefer auf den grund dieses seminar wird noch mindestens ein zwei drei vier wenn ich ein halbes jahr nachwirken so intensiv wie dieses war für jeden einzelne von uns wenn man die bäder beschaut denn sieht man dass es nicht vordergründig war wir richtig weg lass dich einfach mitnehmen von familien stellen von dieser gruppe von flp nie sei gespannt was es mit dir macht